Wir haben uns eine Wallbox zugelegt, mit der man PV-Überschuss laden kann und zwar den SMA EV Charger und in dem Video, was ich hier verlinke, habe ich einfach mal ausgerechnet, ob sich das für uns überhaupt lohnt, dass wir teure Technik gekauft haben, mit der wir dann optimiert unseren Strom ins Auto bringen können oder ob es nicht besser gewesen wäre, wir hätten die alte Lösung behalten und hätten damit weitergeladen. Ja, 300 Kommentare hat es zu dem Video gegeben und zwar sind wir darauf gekommen, dass wir 15 Jahre Amortisationszeit haben, bis sich das Ganze lohnt und da haben einige doch gesagt, na, also das geht doch wohl wesentlich schneller. Ja, und deshalb habe ich mich mal hingesetzt, habe eine kleine Excel-Tabelle gebaut, in die man individuelle Werte eintragen kann und dann sehen kann, wie viel geht es denn wirklich schneller und dass man auch sehen kann, was sind denn so die entscheidenden Faktoren für PV-Überschuss in der Amortisation. Ja, und wenn euch das interessiert, dann solltet ihr dringend dranbleiben, denn in dem Video heute wollen wir das Ganze mal ein bisschen durchspielen und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Den Strom auf dem eigenen Dach produzieren und dann auch noch ins Auto packen und damit rumfahren, ja, das ist ein geiles Gefühl. Und wir finden es auch richtig großartig, dass es die Technik dafür gibt, dass wir möglichst viel Strom auch wirklich vom Selbstproduzierten rein ins Auto kriegen. Tolle Sache, wirklich großartig, will ich überhaupt nicht bestreiten, würden wir auch jederzeit wieder so machen. Aber es bringt nicht viel, wenn ich mich hier jede Woche hinsetze und erzähle, wie geil alles ist, wie toll alles ist. Photovoltaik ist großartig, E-Mobilität ist auch großartig, beides zusammen ist noch viel großartiger, will ich an der Stelle einfach nochmal gesagt haben. Ich finde es aber auch immer wichtig, dass man mal dahinter blickt. Lohnt sich das Ganze dann auch? Denn für viele ist einfach der monetäre Ansatz sehr wichtig. Will ich das Geld ausgeben dafür oder gibt es einfachere Lösungen, mit denen ich auch glücklich werde? Und deshalb sind wir so ein bisschen dahinter her, dass wir immer schauen, was kostet denn das Ganze? So, so viel also zum Gefühl. Und wie gesagt, im Video vor einer Woche, da gab es sehr viele Reaktionen. Und es war wieder echt spannend, mit euch zu diskutieren. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Gerne immer weiter so. Und heute wollen wir uns einfach mal ansehen, anhand einer Excel-Tabelle, die ich zusammengebastelt habe, wie sieht es denn aus, wenn wir gewisse Faktoren einfach mal drehen, wenn wir da andere Werte eingeben. Weil, genau wie beim Speicher, sage ich ja auch immer, wer Speicher haben will, wirtschaftlich ist es in den seltenen Fällen, ganz klar, aber wer einen haben will, dann bitte so, dass er auch damit glücklich wird. Und das heißt, man muss immer die individuelle Situation betrachten. Und genauso jetzt auch beim PV-Überschussladen. Auch hier, wie ihr gleich sehen werdet im Excel-Sheet, die individuelle Situation ganz wichtig. Aber, bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Guckt doch mal da unten. Habt ihr schon einen Daumen gegeben für das Video? Und da unten, wenn da dieses Abonnieren in Rot noch steht, nicht gut, das muss grau werden. Einmal draufklicken, dann ist das Ding grau, alles ist perfekt. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Excel-Sheet an. Hier sind wir dann also jetzt in der Excel-Tabelle drin. Was haben wir für eine Ausgangssituation? Wir sind Photovoltaikanlagenbetreiber mit oder ohne Speicher, das wird sich da noch zeigen. Und wir wollen uns eine Wallbox zulegen, haben auch ein E-Auto, kann entweder einphasig oder dreiphasig laden. Auch das muss man dann sehen. Und wir geben jetzt einfach mal hier unsere Daten ein, mit denen wir dann rechnen wollen. Ja, und womit fängt das an? Das fängt schon mal an mit der Fahrleistung zu Hause in Kilometern. Das heißt, das, was ich zu Hause wirklich auch lade, wenn ich auf Langstrecke gehe, dann lade ich zwar zu Hause einmal voll, aber irgendwann ist das Auto leer, dann lade ich außerhalb nach. Sondern es geht wirklich nur bei unserer Berechnung darum, was verfahre ich um meinen eigenen Pudding, um meinen eigenen Kirchturm rum. Und das ist die Zahl, die wir hier eintragen. Und da sagen wir bei uns, das sind 10.000 Kilometer. Dann müssen wir einmal wissen, wie viel verbraucht denn unser Auto auf 100 Kilometer, damit wir die Gesamtjahreskilometer oder Kilowattstunden zusammenkriegen. Und bei unserem Zoe setzen wir da einen Wert von 17 Kilowattstunden an. Im Sommer sind das so 12, 13, 14. Im Winter dafür 18, 19, 20 Kilowattstunden. Und so kommt dann so ein Mittelwert dabei raus. Dann müssen wir einmal wissen, wie hoch ist denn die Einspeisevergütung netto in Euro. Denn die bekommen wir ja für den Strom, den wir einspeisen mit unserer Photovoltaikanlage. Und wenn wir ihn ins Auto laden, bekommen wir den natürlich nicht mehr. Und wenn wir aus dem Netz Strom beziehen, dann ist das wieder eine andere Rechnung. Deshalb müssen wir das hier mit reinbringen. Und bei uns, wir haben 2018 gebaut, 2019 erweitert. Und wir bekommen eine Mischvergütung von 11,75 Cent pro Kilowattstunde. Dann brauchen wir natürlich den Strompreis unseres Stromanbieters in Brutto bitte. Und zwar ziehen wir ja, wenn wir permanent 11 kW laden, zum Beispiel dreiphasig, dann beziehen wir ja auch Strom aus dem Netz. Und auch wer Überschuss lädt, der wird irgendwann aufs Netz zurückgreifen müssen, weil im Winter einfach nichts vom Dach kommt. Deshalb ist der Strompreis des Stromanbieters wichtig. Und wir zahlen derzeit 27,55 Cent für echten Ökostrom. Für unser Geld wird also ökologische, regenerative Stromerzeugungsanlagen wieder gebaut. Dann ist noch wichtig, aber auch sehr schwierig, die Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch. In den ersten 5 bis 6 Jahren zahlt man ja in der Regel, wenn man die Regelbesteuerung gewählt hat bei der Photovoltaik, um sich die Umsatzsteuer am Anfang wiederzuholen. Dann zahlt man Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch. Der muss also hier bei Verbrauch aus PV und Speicher mit eingebracht werden. Jetzt ist aber nach 6 Jahren Schluss damit. Und es kann ja auch sein, jemand hat die Anlage schon länger laufen und zahlt das gar nicht. Deshalb hier einen individuellen Wert eintragen. Bei uns weiß ich ja schon, dass wir sehr lange brauchen, bis es amortisiert ist. Also werde ich auch über einen längeren Zeitraum diese Umsatzsteuer mit reinberechnen müssen. Deshalb, wir zahlen sie jetzt noch zweieinhalb Jahre. Und wahrscheinlich für die Amortisation aber deutlich länger sein. Also breche ich sie auf ein Zehntel runter und mache nicht die eigentlich 4,4 Cent, die es wären. Sondern ich mache daraus 0,44 Cent, um damit ungefähr rechnen zu können. Das ist jetzt ein bisschen ungenauer Wert, gebe ich zu. Aber besser haben wir es leider im Excel nicht hinbekommen. So, jetzt kommen die individuellen Werte. Jetzt muss man selber mal ermitteln, wie bei einem selbst das Verbrauchsverhalten ist. Bei uns ist es so, beim PV-Überschuss, wir werden zwischen November und Februar nicht wirklich viel aus der PV reinladen. Das heißt, ein PV-Überschuss wird nicht stattfinden, weil die Anlage durch Schatten und Ausrichtung einfach zu wenig Leistung bringt, um überhaupt das Auto mal zu laden. Und das heißt, wir werden im Winter komplett auf 11 kW umstellen und dann hauptsächlich aus dem Netz laden. Und deshalb habe ich hier mal angegeben, dass wir einen Anteil von 79% aus der PV schaffen. Und aus dem Speicher durch Regelungen ist auch 1% mit drin und 20% werden wir aus dem Netz beziehen. So, und ein 3-phasig laden, das hieße bei uns wegen der geringsten Verluste, wir würden mit 11 kW den Zoe 3-phasig laden. Und da habe ich dann einfach mal geschaut, wie sieht es denn aus im Juni, also im Hochsommer. Da leistet die Anlage bis zu 10 kW und da käme dann der Speicher noch mit dazu. Das heißt, da würden wir so gut wie gar nicht auf das Netz zurückgreifen müssen. Im Winter ist es wieder genau umgekehrt, da haben wir eigentlich so gut wie gar keine Leistung übrig. Und in der Übergangszeit ist es ziemlich genau in der Mitte, das heißt im September, was ja genau zwischen längstem und kürzestem Tag ist, da schaffen wir es noch so ungefähr die Hälfte der 11 kW aus Speicher und Photovoltaik zusammen aufzubringen. Und können dann also an schönen Tagen, wir müssen ja nicht jeden Tag laden, dann können wir an schönen Tagen also so ungefähr halbe halbe laden. Und daraus mache ich dann insgesamt Werte von 40% fürs 3-phasige Laden, von 0, oder 10% für Laden aus dem Speicher, weil der Speicher, für den Speicher ist das Auto ein Verbraucher, wenn nicht PV-Überschuss eingeschaltet ist. Und dann zieht der Speicher, liefert der Speicher halt auch Energie dazu. Und aus dem Netz habe ich dann angegeben 0,5%, also ungefähr die Hälfte, die wir dann wirklich aus dem Netz dazuholen. Und jetzt müssen wir hier unten erstmal weiter ausfüllen, bevor diese Zahlen hier rechts Sinn machen, weil hier müssen wir noch wissen, was hat der Speicher denn für Verluste. Weil wenn wir Energie aus dem Speicher holen, dann müssen wir die Verluste des Speichers selbst noch mit draufrechnen. Bei uns ist das immer eine unschöne Zahl, das ist ungefähr ein Viertel oder 25% an Verlusten. Und das liegt einerseits an der AC-Anbindung unseres Systems und zum anderen aber auch dadurch, dass wir mit geringen Leistungen nur reinladen und rausladen im Winter oder auch überhaupt über das ganze Jahr. Und das ist nicht förderlich für den Wirkungsgrad des Speichers, der will schon ein bisschen gefordert werden. Ja, dann brauchen wir noch die Verluste beim Überschussladen. Das haben wir im Video, was ich verlinkt hatte, ermittelt. Da liegen wir ungefähr bei 17%. Das ist halt, wenn wir hauptsächlich einphasig nur laden. Und das ist ja nur im Hochsommer so, dass wir dann auch dreiphasig laden, weil ansonsten bringt die Anlage einfach nicht genug, um das zu realisieren. Und dann haben wir noch die Verluste, wenn wir ein- oder dreiphasig festladen. Bei uns wären das dann immer die 11 kW und da haben wir sehr geringe Verluste. Da hatten wir 5% ermittelt. So, und jetzt machen die Zahlen hier oben auch Sinn. Jetzt können wir hier einmal sehen, was haben wir denn genau für Verbräuche aus den drei verschiedenen Stromanbietern. Bei PV-Überschuss und bei fester Ladeeinstellung. Und da sehen wir hier schon beim PV-Überschuss überwiegt natürlich deutlich der Anteil aus der PV. Und der Speicher wird kaum bedient. Und beim ein-dreiphasig laden sieht das Verhältnis schon anders aus. Und insgesamt haben wir dann hier Werte von 304,17 Euro, die wir im Jahr zahlen beim PV-Überschuss. Und 360,12 Euro durch ein-dreiphasig laden. Man sieht schon hier durch den Speicher, da kommt mehr zusammen. Und die Speicherverluste wirken hier mit rein. Und natürlich der Netzbezug, der ist hier deutlich mehr als doppelt so hoch beim fest eingestellten Laden gegenüber PV-Überschussladen. Und das ist halt jetzt die Differenz, mit der wir weiterrechnen können. Was ich noch sehr interessant finde, ist, wir reden von 10.000 Kilometern, die wir fahren im Jahr. Und dafür zahlen wir 300 Euro. Das bedeutet umgerechnet, wir zahlen auf 100 Kilometer mit PV-Überschuss 3 Euro. Na ja, wenn man das jetzt mal auf einen Diesel umrechnet, einen Diesel, der 5 Liter braucht für 100 Kilometer und dann 5 Liter Diesel für 3 Euro. Ja, wo liegen wir? Da liegen wir bei ungefähr 60, 65 Cent. Und wer weiß, wie die Dieselpreise zurzeit an der Tankstelle sind, ja, der weiß, dass es einfach absolut Sinn macht. Photovoltaik aufs Dach und E-Auto vor die Tür. Das ist einfach ein riesen Kostenersparnis gegenüber dem, was wir jetzt haben. So, jetzt müssen wir natürlich noch wissen, was kostet uns denn überhaupt die Technik Überschussladen im Gegensatz zu einer ganz normalen Wallbox, die diese Technik nicht hat. Ja, und ich habe dann mal im Preisvergleichsportal im Internet nachgesehen, was unser EV-Charger günstigstenfalls kostet. Und da liegen wir trotzdem bei guten 1.500 Euro. Da kommen wir nicht drum rum. Und dann habe ich mir die günstigste Wallbox rausgesucht. Oder eine der günstigsten, die fest eingestellt 11 kW laden kann, was ja für uns dann das Gegenkriterium war. Da haben wir ja mit dem Zoe dreiphasig laden können. Und da sind wir dann gekommen auf eine Wallbox für 500 Euro. Wichtig ist bei der Wallbox, sie ist förderfähig. Weil so können wir nämlich die KfW-Förderung, die 900 Euro aus der ganzen Rechnung rauslassen. Weil die gibt es auch für die günstigere Wallbox. 500 Euro plus Installation, Sicherung, alles drum und dran. Wird man da auch auf 900 Euro kommen und damit egalisiert sich die ganze Rechnung. Ja und dann kommen wir auf ein Ergebnis. Am Ende von 17,87 Jahren in der Amortisation oder 178.000 und so und so viel Kilometer. Das ist das, wie es bei uns ist. Das ist unsere Situation. Ähnliches Ergebnis hatte ich auch schon mal in meiner groben Überschlagsrechnung ausgerechnet. Und das zeigt halt eindeutig, das lohnt sich für uns nicht wirklich, weil ob der EV-Charger 17, 18 Jahre durchhält, das ist sehr fraglich. So und jetzt ist die Frage, geht es denn auch anders? Und das ist natürlich ganz klar die Antwort, ja, es geht auch anders. Ich habe das ja auch nie anders behauptet. Das war ja nur die Rechnung für unsere Situation. Und wenn wir uns das jetzt mal ansehen, wir spielen jetzt mal ein bisschen mit den Zahlen, um mal zu sehen, was sich verändert. Da fangen wir mal an und sagen einfach mal, wir haben nicht 10.000 Kilometer, sondern 20.000 Kilometer im Jahr. Und dann sehen wir hier unten, sind wir von 17 auf 8,94 Jahre runter. Also schon deutlich anderes Ergebnis. Die Kilometer, da ändert sich natürlich nichts, weil wir fahren halt die Kilometer in doppelt so schneller Zeit. Ist ja ganz logisch. Daher dieses Ergebnis auch ganz logisch nachvollziehbar. Dann setzen wir den Wert wieder auf 10.000 zurück. Verbrauch Kilowattstunden auf 100. Gut, können wir jetzt mal ändern auf 20 Kilowattstunden beim etwas größeren Auto. Da sind wir dann um zweieinhalb Jahre schneller durch. Macht auch schon was aus, ja. Aber meiner Meinung nach nicht erstrebenswert das Ziel, weil wir wollen ja auch nicht so viel Energie verbrauchen, sondern eher versuchen auch Energie einzusparen. Dann schauen wir jetzt mal, wir haben jetzt eine etwas höhere Einspeisevergütung. Wie wirkt sich das Ganze denn aus, wenn wir auf heutige Einspeisevergütung gehen? Wir sagen mal 7,5 Cent. Und dann sehen wir aus den 17,87 Jahren werden 11,91 Jahre. Das ist natürlich schon ein riesiger Unterschied. Nicht ganz die Hälfte, aber schon deutlich drunter mit heutiger Einspeisevergütung. Und klar sieht das Ganze natürlich anders aus, weil ich verliere natürlich durch Laden mit dem eigenen Strom wesentlich weniger Geld, als wenn ich eine hohe Einspeisevergütung habe. Ich drehe das Ganze jetzt mal hoch. Wer zum Beispiel noch 30 Cent Einspeisevergütung bekommt, da wirft unsere Formel dann sogar einen negativen Wert raus. Was bedeutet das? Das ist ganz einfach, dass sich das Ganze sogar noch komplett umkehrt und keine Amortisation stattfindet, sondern quasi eine De-Amortisation. Das zeigt also definitiv, bei hoher Einspeisevergütung, alteren Anlagen, macht PV-Überschussladen eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil dafür die Einspeisung einfach zu wertvoll ist. Dann stellen wir hier den alten Wert wieder ein. 11,75 Cent. Und sagen wir mal, unser Strompreis ist einfach höher. Wir haben nicht 27,55, sondern wir haben 30 Cent pro Kilowattstunde. Dann wären wir aus den 17,87, 14,69 Jahre. Auch das natürlich ein beeinflussender Faktor. Auch hier wieder zurück. Und Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch lassen wir jetzt mal raus. Was natürlich noch sehr, sehr interessant ist, wenn wir jetzt mal sagen, bei der Wallbox hier unten, dass wir eine Wallbox haben, die deutlich günstiger ist, zum Beispiel nur 1200 Euro. Dann liegen wir auch nur noch bei 12,51 Jahren. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Auch hier stellen wir wieder zurück. Was macht ein effizientes Speichersystem aus der ganzen Sache? Da wird es jetzt spannend. 17,87 haben wir jetzt. Wir sagen mal nur 10% Verluste. Zack, dann verlängert sich unsere Amortisationszeit. Können wir jetzt sagen, hä, Fehler in der Formel. Nein, ist aber richtig, weil wir laden ja hier beim 1,3-Phasig mehr aus dem Speicher als beim PV-Überschuss. Das heißt, je effizienter der Speicher, desto günstiger wird wieder eine einfache Lösung. Aber auch hier drehen wir jetzt wieder zurück auf 0,25. Und jetzt nehmen wir mal ein Szenario, was man eigentlich als relativ alltäglich jetzt hinstellen könnte. Und wir sagen einfach mal 10.000, machen wir mal 15.000 Kilometer Fahrleistung draus. Und dann sagen wir mal, wir haben wirklich die niedrige Einspeisevergütung von 7,5 Cent und haben einen Strompreis von 30 Cent. Und dann sehen wir hier unten, wir nehmen noch eine günstigere Wallbox. Wir sagen hier einfach mal 1200 Euro. Dann sehen wir hier unten auf einer Amortisationszeit runter von 4,86 Jahren oder 72.854 Kilometern. Ja, das ist natürlich schon ein ganz anderer Schnack. Ja, Quintessenz aus der ganzen Geschichte. Wie ich sagte, wie beim Speicher muss auch bei PV-Überschussladen die individuelle Situation gesehen werden. Auch die Technik, die ich einsetzen will. Ihr habt die Faktoren gesehen, auf die es ankommt. Die Excel-Tabelle könnt ihr euch gerne runterladen. Unter dem Video ist der Link dazu oder auch auf unserer Homepage gewaltig-nachhaltig.de. Da könnt ihr in den Download-Bereich gehen. Da liegen noch mehr Excel-Tabellen, die wir mal erstellt haben. Die könnt ihr euch da runterziehen und einfach auch mal für euch, für eure individuelle Situation durchrechnen. Was ich toll fände, wäre, wenn ihr es einfach mal in die Kommentare schreibt, was kommt denn bei euch bei der Rechnung raus? Wie viele Jahre ist bei euch die Amortisationszeit? Gibt es Fälle, wo es so ist wie bei uns? Hohe Einspeisevergütung kann eigentlich nicht wirklich richtig gut klappen. Kann ich mir nicht vorstellen, nachdem, was wir hier an Zahlen gesehen haben. Kosten für die Überschusslösung sind natürlich auch wichtig. Ob ich da eine Open WB habe oder eine Zappi, die liegen aber auch über 1000 Euro. Da ist schon ein Sparspielraum vorhanden, aber der ist je nach der Wallbox halt auch nicht so hoch. Wir haben halt eine recht sehr teure Lösung, weil wir einfach die Lösung integriert in unsere SMA-Anlage haben wollten. Ich sage mal, da haben wir halt auch für Luxus Geld ausgegeben. Da können wir auch mit leben, weil wir das einfach wissen. Zum Thema Umsatzsteuer noch. Also hier bildet sich gerade wieder eine Situation, ab PV-Überschussladen bedeutet, ich verbrauche wieder effizient mehr von meinem eigenen Strom. Da wollen wir demnächst auch mal ein Video machen, ob sich dann überhaupt die Sache mit der Regelbesteuerung noch lohnt, dass ich mir die Umsatzsteuer vom Anlagenkauf zurückhole. Weil je mehr eigenen Strom ich verbrauche, desto unattraktiver wird die ganze Sache. Wenn dann noch ein Steuerberater dazukommt, wird das noch unattraktiver. Und wir wollen einfach demnächst mal ein Video machen, wo wir mal beleuchten, ob es nicht Sinn macht, das Finanzamt bei Photovoltaik ganz außen vor zu lassen. Möglichkeiten gibt es ja. Video kommt demnächst, freut euch drauf. Und wie gesagt, wenn ihr abonniert habt, dann kriegt ihr es auch mit, dann seid ihr auch dabei. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das hat ein bisschen Aufklärungsarbeit noch geleistet zu dem Video, was wir letzte Woche hatten, wo es ja wirklich nur um unsere Situation ginge. Ich denke, jede individuelle Situation ist anders und man muss es immer individuell betrachten. Ganz wichtig, bei Photovoltaik, bei Speicher, bei Überschussladen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eure Ergebnisse, bin sehr gespannt, was ihr ermittelt. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.